so hallo wir machen weiter bei der legend of zelda tears of the kingdom dieses let's play ist so gut wie ungeschnitten das heißt ihr erlebt einfach wie ich das spiel spiele das kann mal weniger spannend und mal spannend sein da stecke ich nie drinnen letztes mal haben wir hier relativ viel erkundet haben wir schon mal einen grog gefunden haben so ein bisschen die richtung des spiels kennen gelernt und ich komme hier an diese truhe einfach nicht an also da habe ich leider noch keinen weg gefunden wie man dahin kommt egal wir wollten heute zum tempel der zeit gehen und zumindest diese richtung werden wir jetzt einschlagen außerdem haben wir ein bisschen kochen gelernt beziehungsweise es noch aus birth of the wild gekonnt und hier ein bisschen ausprobiert ja und hier geht es jetzt definitiv zum tempel der zeit hoch sehr gut hast du mir noch was mitzuteilen ein erneuter besuch sei mein gast und wärme dich am lagerfeuer ach das ist der gleiche okay haben wir schon geklärt das ist der gleiche da hat sich nur bewegt so ein ding ist das äpfel äpfel sehr gut pilze kann man alles nie genug haben so okay gehen wir zum tempel der zeit vorher klettern wir noch hier hoch irgendwann ist auf so einem tor mal ein grog ich sag's jetzt schon irgendwann ist auf so einem tor mal ein grog und genau dann werde ich nicht hoch klettern ich sehe das doch jetzt schon kommen okay ich könnte jetzt hier drei millionen kilometer in dem wasser schwimmen oder ich könnte zum tempel der zeit gehen wir gehen zum tempel der zeit wir schwimmen jetzt nicht drei millionen kilometer in diesem wasser das sieht schon wieder sehr beeindruckend aus hier alles tempel der zeit auch gegner mit schild frech aber nützt nix weil ich die ich sowieso mit einem schlag erledige und wir haben jetzt ein schild sehr schön alter abgünfte holzschild bla 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 nein ich war oh mein gott so wie mache ich den schild nein das ist werfen ach so okay das ist das schild gott ich könnte jetzt darüber und mir das angucken nein wir gehen weiter wir gehen jetzt erst in den tempel der zeit wir spielen jetzt erstmal ein bisschen story wir gehen jetzt erstmal voll rein in die story falls das überhaupt sieben sieben sagen zum einsetzen lasst mich raten ich kriege jetzt gleich gesagt dass ich sieben tränen finden muss und wir kommen hier noch gar nicht rein genau das wird jetzt gleich oh genau das wird jetzt gleich passieren ich kann hier noch gar nicht rein jo diese pforte öffnet sich nur für jene die über die nötige kraft verfügen verzeih mir ich wollte dich nicht erschrecken du hast bereits meine stimme vernommen und dein rechter arm gehörte früher einmal mir Raucho einstige besitzer des rechten arms und offensichtlich ein so naho erfahre ich jetzt wie man euch ausspricht dass ich dir in dieser form gegenüber trete leider besitze ich keinen körper mehr aber zurück zu dieser pforte eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten arm öffnen lassen doch er scheint geschwächt zu sein du musst wohl seine kraft wieder herstellen dies könnte dir gelingen indem du ihn in heiligem lichte badest sieh mal ich würde dir raten den schreinen auf dieser insel ein das sind schreine das sind schreine ja moin alles klar wohl an so sollte er seine kraft zurückerlangen alles klar wir machen wieder das plateau spiel ok alles klar und ich bleibe dabei diese sieben dinger das sind das sind wieder diese sieben symbole tränen ich nenne das weiterhin tränen weil ich es kann wie weit kann ich hier außen rum klettern weißt du wenn wir von oben wenn wir einfach nicht reingelassen werden suchen wir uns einfach einen anderen weg so ein ding ist das wenn da hinten kein krock auf mich wartet bin ich sauer ich wollte es nur mal gesagt haben ähm äh wollte ich nicht ich will da auch nichts markieren ich dachte ich kann ein foto machen kann ich die mal oh mein gott ich will die markierung wieder weg haben yo hier habe ich die hier habe ich da einfach hingesetzt ok da drüben ist also der drache alles klar ja gut warum sollten die auch plötzlich weg sein ich sag es nochmal wenn hier hinten kein krock ist ach gucke mal das ist dann das wo man rauskommt wenn man den den tempel verlässt oder so hier ist echt kein krock frech aber ich kann da auch nicht hochklettern ja sonst könnte man hier ein bisschen abkürzen wahrscheinlich kurz mal airwalk gemacht ja tschüss ach jetzt starte ich hier wieder ich dachte ich komme jetzt wieder nach vorne jetzt muss ich den ganzen weg wieder vorlaufen na gut nein oh nö jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt dadurch dass ich dann nach hinten gelaufen bin ja statt krock kriege ich jetzt aufs maul kann ich hier hochklettern ist da irgendwas cooles wobei was hört man denn da stopp geh nochmal da hoch linki konntest da kurz stehen nein konntest da kurz stehen geh nochmal da hoch linki dann ganz vorsichtig ach dann halt nicht okay wie sind wir da vorne das ist doch schon mal was das ist doch schon mal was so ah es wird Abend die Sonne geht unter okay also wir sollen die Schreine finden ähm ja dann tun wir das doch ah icy so hat zwei haben wir schon mal sehe ich noch irgendwie spontan einen hier bisher sehe ich zwei na gut aber ich finde es interessant wie parallel sie das wirklich zu Breath of the Wild machen ne so auch der Anfang relativ identisch also nicht jetzt story technisch aber vom von dem her was man tun muss so man muss erst mal Schreine erledigen und so weiter und so fort also es ist was das angeht bleibt es alles sehr ähnlich das ist auch ist gar keine Kritik das ist mir recht weil damit bin ich dann gewohnt was hier passiert okay okay da wollen wir nicht runter ich will es auch nicht mit euch überall kämpfen ja ihr interessiert mich gerade herzlich wenig wir gehen gleich hoch zum Schrein wirft der was hat der einen Pfeil und Bogen oder wirft der einfach Steine ich glaube der Typ wirft Steine der ist ja frech Spurtling ich glaube die waren gut wenn man sie kocht um Ausdauer zu regenerieren oder so äh wir gehen erst mal hier hoch okay Holzplatten wenn das jetzt Metallplatten wären hätte ich ja gesagt okay Magnetmodul also die sind auf jeden Fall also damit werde ich auf jeden Fall hier eine Brücke bauen so das ist ja jetzt schon offensichtlich aber das wird eine neue Fähigkeit dann wohl sein mit der ich da eine Brücke bauen werde okay ich bin sehr gespannt und vor allem bin ich gespannt ob wir die in diesem Schrein lernen werden diese Fähigkeit Uko Uho Schrein drüben ist Lagerfeuer da sehe ich noch einen neuen Schrein den markieren wir gleich mal den haben wir schon markiert hier ne ja okay dann gehen wir rein ah das sind ganz moderne Schreine die haben keinen Aufzug mehr die haben einen Teleport okay die haben doch einen Aufzug ich dachte die haben keinen Aufzug mehr wobei doch die hä oh lol okay das ist cool gemacht das ist tatsächlich kein Aufzug sondern das ist so innerhalb dieses Dinges ist dann praktisch der ganze Schrein das ist einfach so ja ja doch ne es ist eine Art Teleport okay cool achso ich muss drücken ich dachte der redet selber da bist du also das ist ein Bandschrein hier versiegelte ich vor Urzeiten mithilfe meiner Lichtkraft das Böse wenn du deinen Arm in diesem Lichte badest kannst du seine verlorenen Kräfte wieder erwecken wohl anstrecke deinen rechten Arm aus das äh das sagt man nicht so laut hier besser Ultrahand jawohl alles klar mit dieser Fähigkeit kannst du an den Fenster begreifen solange die Hand das Objekt hält kannst du es drehen oder bei Bedarf an anderen Gegenständen befestigen was wir mit dem Holz machen werden Ultrahand jo der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms sie erlaubt die Objekte zu bewegen und zusammenzufügen wenn du sie klug einsetzt kannst du damit herstellen was auch immer dir vorschwebt wenn du mithilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst dann wird sie fort an dir gehören ah ich kann die ich wollte schon sagen dann kann ich jetzt einfach wieder gehen nee ich muss sie also natürlich beherrschen aber wenn ich jetzt rausgehe ist sie wieder weg Schaffenskraft dann nenne ich den Schrein jetzt einfach Uhu Schrein weil ich kann ja mit der Sachen zusammenkleben ah und hier habe ich dann die verschiedenen Fähigkeiten okay ja und das ist dann wahrscheinlich wie das Magnetmodul es ist wie das Magnetmodul ich lieb's es ist im Prinzip wie das Magnetmodul nur dass man halt nicht alles hochheben kann sondern nur was das Spiel möchte dass man hochheben kann ungerweise ah so okay gleich umgucken nach versteckten Truhen ja das war ein schwieriges Rätsel am besten machen wir es auch wieder gleich so sobald ich eine Truhe finde wie im wie im ersten Let's Play zu Breath of the Wild sobald ich eine Truhe finde versuche ich einfach den denkbar kompliziertesten Weg zu wählen um hinzukommen anstatt anstatt den leichten Weg zu gehen ah Daumen hoch wenn ihr wisst wovon ich rede das war das bleibt einfach stehen okay interessant wie kann ich horizontal drehen was vertikal drehen ach so oha crazy ah jetzt kippt's um ich hab mich schon gewundert so dich brauch ich sicherlich auch gleich noch jetzt kann ich irgendwie zusammenfügen ne verbinden hat gut funktioniert sind die jetzt immer noch die sind immer noch zusammen also so wie ich die praktisch lol also so wie ich die zusammenfüge bleiben die auch egal ob ich okay das ist krass die kleben dann einfach genauso wie ich sie zusammenfüge und die kann ich auch nicht mehr also selbst wenn ich die jetzt aus so einer Höhe fallen lasse die bleiben einfach genauso zusammen das ist ja lustig so lösen da schüttelt man ein ist das geil das schüttelt man einfach bis und dann lösen die sich das ist ja voll witzig okay gut dann pass auf das ist ja voll geil also wirklich oh nein ich will die andere ja ja so das sieht doch möglich jetzt aus so dich nehme ich mit hat gut funktioniert ach komm hey wieso kann ich ihn jetzt nicht nehmen jetzt kann ich ihn nehmen und wieder so zack und mitkommen und dann schüttle ich einfach ein bisschen das ist so cool oh ja ich glaube ich hätte mich gerade fast erschlagen ich glaube ich hätte mich gerade fast erschlagen ey das ist so cool ne so wir nehmen die dinger natürlich mit kann ich auch mehr miteinander verbinden yo also das heißt doch nicht grundlos uhu schreien das ist doch safe die anspielung an den uhu kleber das erzählt ihr mir doch nicht dass das zufall ist ist das geil ok hier gibt es holzplatten äh holzplatten und andere dinge wie irgendwelche rohre und kugeln die ich aber nicht abmachen kann kann ja wirklich nicht abmachen und das kann ich auch nicht abmachen aber ich kann es verknüpfen hä hat das da oben irgendwas getan das zeigt mir was ich bauen soll ich soll denn ich soll so ein ding bauen was guck mal kurz hier runter ok da ist jetzt diesmal ist hier abgrund aber jetzt mal real talk mit meinen drei platten hier mit meinen drei platten hier äh ne verbinden jawohl muss ich doch dieses dieses ganze seilbahn konstrukt gar nicht bauen ist das nicht groß genug um über die die lücke zu kommen also ich baue das jetzt auch noch weil ich will wissen wie das aussieht und wie das geht aber so wird es auch gehen sehr schön aber ich will natürlich so eine seilbahn bauen holy shit ist das cool und ich frage mich mal ob ich da hoch kann und soll ob da oben was ist oder ob das einfach nur zeigen soll was ich tun kann und soll ok also jetzt hängen wir als erstes dieses ding hier drauf ja nein also das drehen habe ich noch nicht so ganz kapiert ja das sieht das sah doch schon mal ganz gut aus ok jetzt hängt das schon mal ähm kollege stopp so und da kommt jetzt halt stopp da kommt jetzt das ding ran und kann ich jetzt während ich da drauf bin kann ich jetzt während ich da drauf bin dieses ding bewegen ah ne ich kann es wieder zurückschieben ah ich habe es aber schlecht ran gesetzt weil es ist die es ist zu schwer aber ich kann es so weit bewegen dann vielleicht drauf let's go das ist genau so wie es gedacht war ok cool ja die frage bleibt gibt es hier eine truhe wir werden es rausfinden früher hat man das auf der karte gesehen warte mal kriege ich hier eine anzeige ob es hier eine truhe gibt man na da ist jetzt kein truhen symbol aber die frage ist gibt es hier eine truhe und wenn dann würde ich sagen da oben aber wie komme ich da hoch und will ich jetzt wieder etwas kompliziertes bauen und dann ist da am ende gar nichts wäre ja auch doof wir gehen erst mal raus ich will nicht den gleichen fehler machen wie im ersten birth of the wild let's play habe ich ja vorhin schon gesagt sei gelobt dafür bis es hierher geschafft zu haben nun soll das gereinigte licht das reinigen oh mein gott wenn ich an diesem ort ruht kriege ich jetzt wieder so so dinge oder oder es ist jetzt mehr so du kannst die fähigkeit behalten ah ne doch es gibt wieder so kugel dinge segens licht ok ja 1 alles klar möge das segens licht der kraft schenken ok ja damit haben wir dann einen der neuen schreine schon mal gesehen sehr sehr cool sehr sehr cool gras schneiden ja geht gerade nicht habe kein schwert nur äste moin du hast den schrein mit bravour bewältigt ja das würde ich auch so sehen dadurch hast du eine der fähigkeiten zurückerlangt wenn du auch die zwei verbleibenden schreine bezwingst wird sich das tor des tempels derzeit gewiss öffnen zieh dich um und markiere die schreine die schreine entdeckst du wirst du sehen ja das haben wir schon gemacht habe ich gemacht ja gut dass ich das jetzt erklärt bekomme ok mich wird halt wirklich interessieren ob es hier drin eine truhe gibt das wäre der erste schrein ohne truhe so kann das sein kann das wirklich sein aber wo sollte hier eine truhe sein wir gucken uns jetzt ganz kurz um ganz kurz aber wenn dann kann ich mir das eigentlich nur am ende vorstellen weil hier ist nichts hier ist nichts nur das mit dem drehen finde ich ein bisschen komisch ich dachte dass man das irgendwie mit mit bewegungssteuerung aber das ist äh das hier meine ich das fühlt sich noch sehr komisch an aber ich denke da kommt man rein mit der zeit lol es tut mir leid dass ich blind bin es tut mir leid dass ich blind bin oh mein gott reagiert das jetzt eigentlich auch so dass ich das umstupsen kann ja schon so ein bisschen dann klappe ich das jetzt hier ran und dann kann ich da hochlaufen nice wieso habe ich die denn nicht ach komm da gucke ich extra mich um und dann ja bernstein gibt es auch wieder haben wir jetzt alles halt ja schreien symbol äh ton symbol ist da gut das schlimme ist nämlich ich hätte jetzt wirklich überlegt ob man da hoch kann an diese sache mit der mit dieser seilbahn ob man da irgendwie hoch kann aber die war wirklich nur zum zeigen da was man bauen kann okay dann kann ich mit dieser ultra hand dann kann ich mit der einfach alles bauen holy shit ist das dann dieses ding wo sie gemeint haben der fantasie sind keine grenzen gesetzt weil man einfach alles bauen kann und daraus bauen dann leute so riesige roboter und so ein quatsch ist das das oh mein gott das ist ja sick so andere bauen einfach brücken und andere dann riesige roboter okay ja das ist dann aber auch eben der moment das ist dann aber eben auch der moment ab dem man dann bald nicht mehr weiß wo will das spiel das also wo möchte das spiel einen hinlassen und wo will das spiel einen eigentlich nicht hinlassen was das cool was passiert okay was passiert wenn ich die runterschmeiße eigentlich so kommen die wieder weil man ohne die das rätsel ja nicht lösen kann oder ist dann so ne pech gehabt du wenn du so doof bist so wenn du so doof bist und alles runterschmeißt dann kümmere dich selber das ist so was liebe ich ja einfach wie so ne katze einfach wie so ne katze sachen runterschmeißen das war es dann mit dem rätsel schade okay ich gehe mal ein bisschen weg und guck mal die müssen ja irgendwie wieder auftauchen die dinger okay was bist du ach lol das sind so kaputte dinger und dann taucht man kriegt man immer so ne energiesphäre und damit kann man dann wahrscheinlich so maschinen antreiben die man zusammenbaut oder sowas keine ahnung krass okay bin ich weit genug weg gewesen sind die dinger wieder da kann ich bäume auch wieso kann ich bäume nicht greifen okay aber ich kann äste greifen also so waffen einzelne waffen kann ich auch greifen steine ja steine kann ich auch greifen okay und zusammensetzen kann ich nicht oh ich kann steine nicht zusammenkleben why oder muss der dafür auch erstmal rausgezogen werden ah okay damit ich objekte verbinden kann muss ich sie sozusagen beide mal also weil der stein halt fest im boden war ging es nicht interessant interessant moment das heißt wenn ich einen baum fälle was ich mit dem stock leider nicht kann schade aber wenn ich den baum fälle dann kann ich vielleicht den auch hochheben okay okay i see i see i see so jetzt gucken wir mal ob die dinger wieder da sind nope nope war nicht weit genug weg okay Mist muss ich weiter weg laufen so dann hauen wir dich noch kurz um ich wollte nicht ich wollte kämpfen ah das war die taste das schöne ist ja wenn man ein schild hat und der flurry rasch geht schief dann tut es nicht weh weil man ja eben durch den schild wo ist dem seine waffe hin weil man ja eben durch den schild äh okay äh weil man ja durch den schild ah hier kann ich jetzt so ne so ne so ne auch wieder so ne seilbahn bauen ah lol da kann ich nicht einfach theoretisch wenn ich sage ich hab kein bock auf seilbahn fahren auf dem ding laufen oder rutsche ich irgendwann ab so der Hardcore-Modus einfach okay das ist so richtig der Hardcore-Modus Hilfe weil ich wette der hält sich nicht fest wenn er jetzt hier abrutscht aber lustig zu wissen dass es geht dass es nicht so rutschig ist dass das Spiel sagt irgendwann ne du darfst nicht also wenn ich keine Lust auf bauen habe dann kann ich auch runterlaufen das Ding sehr cool ihr wisst ja ich bin so ich bin ich ihr wisst ja ich bin der Typ der immer gerne ausprobiert was möglich ist für die Wissenschaft ne okay 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 wir haben es gleich yeah also wer äh wer sich berufen fühlt darf das mal komplett rennen so im Rennen das zu schaffen ist glaube ich ganz schön schwierig aber jetzt ablaufen war jetzt nicht so schwierig okay wir haben einen Schrein gelöst nächstes Mal finden wir mindestens den anderen Schrein ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss erst mal Vielen Dank.